Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es was ganz Besonderes, ja besonders für mich, weil ich habe sowas noch nie gemacht und zwar wird es dieses Jahr eine Herbstreihe geben. Ich habe noch nie eine Reihe hier auf meinem Kanal gemacht, aber ich persönlich liebe den Herbst und ja, ich will euch einfach ein bisschen in Herbststimmung bringen, jetzt bei mir. Nächste Woche werden es noch 30 Grad, deswegen kommt das Video auch eine Woche später. Das ist online als, ja, geplant, aber ich habe ganz viele Videos rund um das Thema Herbst geplant. Ich werde zum einen mit euch mein Zimmer aussortieren, dann gemütlich herrichten. Außerdem wird es noch ein Herbstlookbook geben, herbstliche Rezepte und auch sowas wie MeTime oder ja, ein Spa Day zu Hause sozusagen. Und ich hoffe, ihr freut euch darüber, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, die unbedingt mit rein müssen in die Reihe, dann könnt ihr mir auch gerne eure Vorschläge in die Kommentare schreiben. Und ja, ich habe natürlich nicht nur jetzt diese Ankündigung, sondern ich habe auch einen kleinen Trailer sozusagen für diese Reihe, ja, produziert. Und den werde ich euch jetzt hier einblenden. Maybe, squeeze me oh so tight. Maybe, you and I will fall in love. Ja, ich hoffe natürlich, ihr freut euch über die Reihe genauso wie ich, weil ja, ich persönlich liebe es einfach solche gemütlichen Videos einfach anzuschauen und mich selbst ein bisschen in Herbstimmung zu bringen. Ansonsten, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun, damit ihr auch die Videos nicht verpasst. Und ansonsten freue ich mich schon aufs nächste Video. Und ja, bis dahin, bleibt gesund und Tschüssi! Bis zum nächsten Mal.